Herzlich Willkommen zurück Leute zu einer neuen Folge Cooling mit Kunra Schönen guten Tag Ding Ich glaube wir haben das für die Mücken echt gefixt Aber ich hatte gerade echt, also mit dass du dein Ding durchmücken kannst Ich glaube du musst schon die richtige Kapsel dafür haben, eine schwebende oder so Early Match Airdrop Die Tankstelle Und ich habe einen Landtracker Und das Setting hatten wir dann das vorletzte Map Ich bin auch wieder hier Stimmt und die hat sich selbst bei uns Kennst du was? Ne Nächster Gegner ist Richtung Brücke Der ruft den Erdrow auf der Brücke Er ist ja jetzt schon da Ne, vielleicht ist es auch dahinter? Ich weiß es nicht Ich bin schon ja näher was da Aber die Brücke ist Die Brücke ist unten Dann ist er wohl drauf Jaja, einer wird drauf sein Er kann locker von der einen Seite runter springen Da auf den Fels Vorsprung Bei allen anderen Sachen würde er sich die Beine brechen Jaja, aber das heißt auch, da werden noch mehr sein, da werden Gegner sein Unter 100 Unter 100 Auf jeden Fall Der eine steht auf der Brücke Ja, du musst schauen, links der Fels vorsprung Wenn er runter springt Er ist runter gesprungen Er ist runter gesprungen Das hat doch einer richtig Schaden bekommen Siehst du ihn? Nein Doch Rennst du den Sewers Ja, ich sehs An dem bleiben wir dran Jawoll, das ist laut Hinter mir ist einer Ja, 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 weiter, weiter, weiter Ich hab keine Aussage, er hat volle Schönen wir seinen Kumpel Ich hab den Raum, wirklich? Die Dieb ist weg Hinter uns ist einer Wir brauchen den da irgendwie Ja, ich weiß Ich hab keine Ausdauer Ich hab keine Ausdauer Der Typ hinter mir ist auch schlecht Der ist wieder bei dir Da ist ein Anderen Ich brauch einfach nur Running, Alter Jetzt hab ich ihn Jetzt hab ich ihn Entschuldigung Ok, ist ja egal Ich hab keine Waffe mehr Hab ich wieder eine hier Hast du jetzt ne Waffen? Nein, ich hab die scheiß Irons nicht gefunden Aber wie heißt denn das ist halt dabei? Hinter dir, hinter dir, hinter dir Der eine hat den Hack gebracht Oh Gott, hinter dir Ich... 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 Geht auf dich! Alles gut Ich... 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 Es geht weiter, Kümran Da kommen direkt einer und zu Oh Gott, wieder zu oh fuck ich bin auch vergiftet jetzt ein zeug oh das war ein fehler von dir bei mir du musst weg und ran ich habe ihn weggelockt er wollte mich jetzt er kommt richtung er heilt sich ich auch lauf weiter ich habe 100 ausdauer und renne wir laufen komplett weiter er will uns verfolgen weil er eh solo ist braucht zumindest eine bandage mein dieb ist halt weg wir haben halt nichts an looten mehr was da war das ist halt echt ärgerlich ich höre doch schon wieder was oder ich weiß es nicht hier läuft doch wer event tracker ist weit weg der nächste ja nicht so weit weg nach dem kundern heil dich hier ja ich will der kann nicht alles verkaufen was da lag jetzt kommt einer der verfolgt uns heil dich voll ich kämpfe gegen den einen brauen noch er schleicht sich an hab ihn einmal erwischt ja ich bin auf dem weg habe jetzt 85 leben durch den einen schuss von ihm ich bin sofort da da du ach so worin standest du denn in den snares ich dachte du hast du gesehen da musst du schon was sagen ja ich dachte schon ich dachte ich dir das hätte zu gesehen ich ruf meinen AirDrop unten komm das ist ja glaube ich der nächste wie sieht es bei dir mit funk aus du hast auch drei kills oder ich glaube ich habe schon die ganze Menge kills ich brauch aber irgendwas blaues wenn ja ich hab halt immer noch meine getraftete Axt ja wir können die jetzt mal lupen gehen mein AirDrop kommt gerade runter hab keine Pfeile wie ist denn wie ist denn ha ha good luck nein bisschen zu kurz hast du noch dick deep ja aber was ist mit der drop so schon gerufen wurde naja scheiße nein es geht dann nicht mehr funktioniert ja dann die andere brücke wieviel leben eigentlich noch relativ viele unter 70 oben auf dem berg ja ich glaube der will die brücke runter lassen räume also guck mal da rennen sie da kommt da sein orange schuss durch ich komme nicht hoch ich bin da ja kannst du den töten den anderen krisse der andere kann gar nichts ja ich weiß das ist der schlummer jetzt hol dir den der explosiv ja außerdem habe ich meinen schon gerufen was mit waffen hast du was von mir mitgenommen ich habe 3 3 und ich habe mit 2 bogen jetzt hätte theoretisch drauf gucken können ob es geht ob es blau geworden ist achso ich suche jetzt überhaupt nichts es nimmt halt ein team ein einzelner die smg ist top also ohne scheiß finde ich jetzt mit die stärkste sache in dem game die hat mich jetzt gerade übrigens auch gekillt ich bin iron man mäßig auf ihn zu gerannt weil ich hatte nur einen treffer gebraucht aber dann hat er dick 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 die ich habe bis dahin gesehen ichwerse bewusst damit werde ich nicht frontal gerannt aber wäre jetzt von mir suboptimal wahr und die �k sind relativ schlecht stehen alek kein einzelner duc скорos ob da noch was denn ist in dem Haus. Ich hab nur 80 fangen. Hast du was Explosives? Nee. Dann zeig, dass du halt auch kannst, wie ich letztens. Haben die Kills? Ja, der einer hat zwei. Das ist schon wieder so ein T- Ach, die werden ihren kostenlosen Air-Drop berufen. Wenn einer frontal auf dich zurennt, gib ihm mit der SMG. Das kann ein Wunder wirken. Wir haben auf jeden Fall den Air-Drop gerufen, weil die Brücke oben ist. Rechts leicht. Wir haben da was hingestellt. Ich glaube Pungis. Ja, als ob ich jetzt auf die zulaufe. Ich bin alleine. Fuck, da ist einer. Wenn sie genau beide sind, rennt weg, damit der Stray dann die herrennt. Jetzt riech um. Jetzt bin ich auch noch am Kotzen gleich. Wie viel hat der noch? Nix mehr. Ja. Oben. Komm, gib ihm. Okay, steh dich um. Oben. Was? Zur Not renn nochmal weg. Du kannst doch komplett nochmal neu forsten. Heil dich irgendwo. Ja. Du hast Speed. Du kannst also noch viel weiter laufen sogar. Der kommt, der kommt. Ja. Weiter, weiter, weiter. Schön, nicht getroffen worden. Renn komplett rüber, über die Mitte. Du hast Running. Das müsste genug Meter zwischen dem Ding. Ja, okay. Das war ein leichter Schuss. Das kostet ja auch. Ja, ja. Bungis, vor dir. Ja, 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 ja. Du musst links auf die Insel. Ausdauersparen, er kommt. Er ist aber schon im Wasser. Garth ist schon da. Oh, jetzt trifft er. Nein. An einem, an dem dicken Baum, schnell. Go. Mach weiter, ich sag den Schalt. Sehen noch nicht. Close, links. Renn. Das darfst du noch nicht blocken. Nein, 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 nein. Wie? Oh, schade. Oben wieder. Schade. Wenn, wenn, wenn er dich schlägt, also wenn du ihn schlägst und er dich blockt, dann rennt direkt weg. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist auch, ich vergesse immer, sie haben geschrieben, sie haben es gefixt. Eigentlich sollst du Minis dann erhalten. Ich vergesse es immer, dass es nicht gefixt ist. Das ist doch trotzdem eine gute Runde. Schade, das wäre geil gewesen. Vor allem, der war ja auch nicht gut eigentlich. Schade, schade. Wer war dran, ich war dran. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut bei Kunern vorbei, lasst ein Like da. Und das haben wir mal verloren. Wir sind uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und tschau. Tschüss.